Uh, es spukt in eurem Haus und ihr tut nichts dagegen! Bin ich der Geist? Ja, wir haben ein Gipi dabei. Ja, dann bist du der Geist, stimmt. There's something strange. Warte mal. Mal gucken, ob wir den jetzt kriegen. Mhm. Ich sehe ihn! Ja, du Staubsauger, du! Komm raus! Äh, er ist in einem Mondzimmer. Wo bin ich, Juli? Juli, schnell! Beim Feuer... Jetzt habe ich dich verloren. Wie kann das sein, Juli? Da war eine Ecke. Es spukt! Oh Gott. Wer ist denn heute schon Halloween? Aua! Der ist für dich! Nein! Oh! Oh! Ich glaube! Ein Schleim befreien! Ich gebe ihm dir! Der Geist! Mach man das auch? Die Falle! Du musst mit dem Fuß draufstehen! Sozusagen! Das hier ist ein bisschen... Rappers Rift, Juli! Scheiß auch nicht! Rappers Rift! Hallo! Das Team wird nicht zurückgelassen! Aber damn! Ich werde... Was soll das? Lass den Geist in Ruhe! Nervt mich nicht! Nein! Ihr habt keine Lust, in euren oben fallen zu gehen! Lass mich! Hey, könnt ihr mal die arme Frau da in Ruhe lassen? Hörst du wohl ab, die ziemlichsten zu erschrecken waren? Uh! Es schmukt in eurem Haus! Und ihr tut nichts dagegen! Dann lieb ich nicht! Warum lieb ich nicht? Weil ich ein Geist bin! Nein, nein! Das tut ich gar nicht! Du bist... Divi weiß anscheinend, dass ich da bin! Das heißt... Divi lügt! Du bist doch... Nein! Ist mir nicht da los! Mach mal deinen Protonenpack da aus! Ach, scheiße! Das geht irgendwie nicht! Nein! Tschüss! Nein! Ich muss los, Leute! Das hätte diesen Geist gesehen! was denn da siehst du ja nichts mehr wenn alles voll geschleimt ist ja gar nicht so einfach also ich sehe sie halt auch nicht und ich habe das gefühl ich habe immer keine energie juli das ist kein rift das bin ich dafür sprich ich dich ins an juli hey was macht ihr da ich hab ich deaktiviere den rucksack bin schon wieder weg ihr hater nein ja ja ich habe ausgeschlagen schießt doch nicht auf mich energie niedrig meine lieblingsnachricht ich habe dich gesehen er muss gestoppt werden hokus pokus ja schlaibis alles ist voll Juli, es ist genau hinter dir. Juli, du bist der Geist! Du wirst gejupt, Juli! Lass mich! Juli liegt am Boden, rettet sie! Da kommt die Ulti! Alle angeschleimt! Wie läufts hier unten am Boden? Steht mal wieder auf! Oh, ich geh durch die Wand, tschüss, bin Geist! Leute, braucht ihr was zum Saubermachen? Ich komm kurz vorbei! Soll ich euch helfen? Das Schlimmste, den wir je hatten bei uns, bei den Ghostbusters! Du bist hier geflogen? Das bin ich! Ich bin doch da, Divi! Nee, nee, nee! Weg! Da kotze ich doch ein paar Geister für euch! Nein, nein! Nicht in die Falle! Ich will nicht in die Falle! Ich will nicht in die Falle! Lasst mich in Ruhe! Gute Nacht, Salud! Nein! Hey, da bin ich wieder! Das Rift war genau neben euch! Ihr habt's nicht gemerkt! ULTI! Wir sind jetzt die ganze Zeit, oder? Nee, ich bin dann ausgespawnt! Oh, ihr habt nicht mehr viel Zeit, Leute! Wir sehen uns! Tschüss! Ihr müsst keinen Rift mehr suchen! Das Haus ist verflucht! Ich wollt grad sagen, wir sind auf Maximum-Spuch! Ihr müsst mich suchen! Ich bin ein kleiner Geist! Und spuche durch das Haus! Alter, das ganze Haus ist voll! Ich spuche noch ein paar Leute an! Es ist über... Oh, da kommen wir! Hallo! Ich flieg durch die Wand! Nein! Was? Warum kannst du durch Wände gehen? Äh, kannst du an bestimmten Stellen kannst du durch Wände gehen! Das ist nicht! Oh, der Gippie ist bei mir! Helfen Sie mir! Ich glaub, jetzt die Filz dann! Oh, hier kann man auch durch die Wand! Okay, das ist praktisch! Wer ist hier festgenommen bei mir? Wer ist hier drin? Der Stuhl! Der Stuhl! Komm, den haben wir! Oh mein Gott! Ja, ab da! Da komm ich nicht weg, glaub ich! Es sei denn! Oh! 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 Oh mein Gott, Speedrun, Alter. Jawoll! Der war aber Jakob. Der war ja auch noch ein Anfänger. Oh nein. Wir haben mit ihm geübt und dann haben wir ihn gefresst. Und Gippi sagt dann noch, er stinkt. Okay, das tut mir riesig leid. Ja. Der hat ja... Au, wie lange kriegen die Runde? Zwei Minuten. Ich dachte bestimmt, wir sind Freunde. Können wir ihm schreiben? Da hab ich mich ja doch nicht so doof angestellt. Au, tschau. Au. Oh Mann, das... Oh Gott, tut mir das leid. Oh nein.